Zucker Junkies, Folge 204. Schön, dass du eingeschaltet hast. Dieser Podcast vermittelt dir Techniken, anwendbares Wissen für mehr Selbstsicherheit mit deinem Diabetes im Alltag. Viel Spaß mit der Show. Hallöchen, meine lieben Zucker Junkies. Ja, es ist soweit, ich würde ja nicht sagen alle Jahre wieder, sondern alle 100 Jahre wieder. Wir haben das 100-Jährige quasi vom Insulin, also vor 100 Jahren entdeckten unsere zwei Helden, die ich gleich nennen werde, das Insulin. Und ja, letztendlich ist das Hormon, kennen wir ja, ein Lebensretter geworden. Dazu, ja, ihr wisst es, die meinen Podcast verfolgen, wir leben hier ziemlich gut in Deutschland. Für andere ist es wirklich immer noch das Thema Lebensretter im wahrsten Sinne, weil die kämpfen dann noch immer leider ums Leben. Aber ich habe erst gedacht, ich recherchiere das selber und tralala. Und als fleißiger Leser vom Diabetes-Ratgeber habe ich dann eine Sonder- oder was ist das Sonderausgabe? Ja, so kann man es eigentlich schon sagen. Ich nenne es jetzt einfach Sonderausgabe. Ist es aber keine, ist jetzt einfach die ganz normale Juli-Ausgabe Nummer 390. Und ja, ist geil. Also ich sage es ja immer, Jungs, das Ding gibt es in der Apotheke, ins Tütchen rein. Und dann habt ihr immer wieder Stoffen. Das ist so geil. Ohne Witz, ich habe das gefeiert. Warum? Weil ich sage jetzt einfach, ey, vielen lieben Dank, Diabetes-Ratgeber. Ihr seid A, die geilsten. B, ist es sowieso medizinisch auch geprüft. Also da steht also kein Stuss drin, das können sie sich gar nicht erlauben. Und man lernt halt auch immer wieder was. Und der liebe Onkel Zucker-Junkie kann da euch jetzt einfach ein paar Dinge einfach draus vorlesen. Leht euch zurück, trinkt ein Käffchen, rückt die Brille zurecht. Und ich erzähle euch einfach mal ein paar Dinge daraus. Weil die haben, also holt euch das Ding. Also ich weiß gar nicht, ob man die nachbestellen kann. Aber für alle, die das interessiert, die ist 100 Jahre Insulin, ist geil. Also wir Junkies leben damit. Also irgendwie sollte es einfach so sein. Denn es war ja früher, also in den 20ern, da war das ein Todesurteil. Also davor war es schon ein Todesurteil. Auch trotz, dass die ganzen Schlaumeier in der Antike auch wussten, ja okay, irgendwie ist der Bursche süß. Ja, also wenn die Ameisen hinter dir herlaufen, wenn du nach dem Pinkel noch tropfst, weißt du, irgendwas hast du nicht richtig im Körper. Und dann war es halt einfach so, die Ärzte konnten machen, was sie wollten. Also die haben ja alles auf dich gerieben und dir reingedrückt. Ja, Heilkräuter, Opium, Hautopium. Also nichts, ja, keine Diäten. Das Ding war ein Todesurteil. Also alle, ohne Ausnahme, starben. Und im Schnitt war das so zwei Jahre nach der Diagnose. Echt krass. Also richtig krass. Ja, und also in den 20ern war das eben das Todesurteil. Und unsere zwei Helden, der Frederic Bunting. Ich hoffe, es ist Bunting, ich sage jetzt Bunting. Oder wenn einer sagt, nee, das nennen sie Spenting. Dann nennen sie es der Frederic und der Charles Best. Charles. Ja, wir duzen uns. Dene gelang es nämlich, das Insulin aus der Bauchspeicheldrüse von den Hunden zu extrahieren. Am Institut von John McLeod, glaube ich. John McLeod. In Toronto, Kanada. Und das ist ein bisschen eklig. Aber ab und zu, naja, wie hat mal mein Biologie-Lehrer gesagt, wo ich mich beschwert habe wegen den Tierversuchen. Er sagt, naja, eine Tomate kriegt halt keine Lungenentzündung. Ich sage, boah. Aber okay. Also an den Hund ein großes Dankeschön. Das war also in den 20ern. Und der Leonard Thompson mit 13 wird im Januar 1922 als erster Patient mit Insulin behandelt. Und zwar gewonnen aus einer Rinderbauchspeicheldrüse. Also mit dem Insulin. Und jetzt muss man sich das überlegen. Jetzt wird es eklig. Die haben, ja klar, okay, von der Bauchspeicheldrüse von den Tieren das gewonnen. Ja, und die wurden zuerst mal diese Drüsen in dem Fleischwolf zerkleinert. Also was lernen wir? Hab immer einen Fleischwolf zu Hause. Kannst du dein Insulin zur Nutz selber machen. 1936 war es dann soweit. Und der Hans-Christian Hagedorn entwickelte das erste Insulin mit Langzeitwirkung. Dieses NPH. Ja, neutrales Protamin Hagedorn. Ist ein Eiweiß, das quasi letztendlich die Insulinwirkung verlängert. Das kennen die viele ja als das Langzeitinsulin. Und es gibt natürlich auch andere. Jetzt ist es halt das erste. So ist es. Und was ich ziemlich geil fand, im Jahre 1955 war es Frederik. Der Sänger, der veröffentlichte quasi die chemische Struktur des Insulin nach zwölf Jahren Forschungsarbeit. Wisst ihr eigentlich, ja viele motzen immer über die Pharmaindustrie, aber wisst ihr eigentlich, dass die echt arschlang auf gewisse Dinge rumforschen und das einfach erstmal auch bezahlen? Und dann haben sie ein paar Jährchen, um dann Geld zu verdienen. Bis irgendjemand dann sagt, so jetzt kopiere ich den Kram. Also das ist natürlich auch krass. Und es ist ja auch wirklich übel, wie man sich damals das Insulin, ich meine, hey, Pumpe, Insulinpans, das ist ja alles nice. Früher war es wirklich, dass die Betroffenen Spritzen aus Glas mehrmals in der Woche zerlegen und auskochen und mit Alkohol desinfizieren mussten. Und was denn Shit? Also 100 pro, also es wäre für mich eine Ehre, wenn natürlich jetzt wirklich einige den Podcast hören, die sagen, yo, alter, habe ich hier gemacht und ich habe auch die Nadel regelmäßig nachgeschliffen. Weil das mussten die nämlich auch machen. Es gab wirklich so dicke Nadeln. Ey, ich will es gar nicht wissen, wie die aussahen. Und die wurden dann echt nachgeschliffen. Übel. Also, das war krass. Und Blutzucker musste man damals in der Klinik messen. So Selbstkontrolle, wie wir das kennen, das gab es nicht. Da gab es dann auch noch so Urin-Zuckertests. Da schreiben sie, dafür wurde Urin in einem Reagenzglas mit einer Chemikalie vermischt und erhitzt. Verfärbt sich das Gebräu. Ja, im wahrsten Sinne bedeutete das Zucker im Urin. Und jetzt kommt, was lediglich zeigte, dass der Blutzucker seit der letzten Blasenentleerung zu hoch war. Krass. Oder? Also, hey, uns geht es gut. Also, wer die Zeit mitgemacht hat, ey, übel. Echt übel. Also, da habe ich einen Riesenrespekt. Ja, 1982, gehen wir mal ein bisschen in der Timeline weiter, gab es dann das erste genetisch hergestellte Insulin. Dieses Humaninsulin hatte die Struktur von menschlichem Insulin. Und 1996, ey, das ist jetzt echt nicht so wirklich so lange her, ne? Das erste schnell wirkende Analoginsulin kommt auf den Markt. Es hat eine etwas andere Struktur als Humaninsulin und wirkt deshalb schneller und kürzer. So lassen sich Blutzuckeranstiege nach dem Essen besser abfangen. Hey, wer kennt das nicht? Also, ich kenne es. Aber krass, 1996. Also, das ist doch nicht wirklich, also, ich dachte, ey, so eine Scheiße. Ich dachte, das war schon viel früher alles so klar, aber ist nicht so, ne? So. Und seit der Entwicklung auch vom Langzeitinsulin, ja, wurde das dann auch verordnet, ja? Und dann gab es im Endeffekt aber so ein oder zwei Insulininjektionen am Tag, ja? Und, also, ist ja klar, ne? Also, gab es halt eben das erste Langzeitinsulin und dann gab es zwar zwei Injektionen und dann Spritzessabstand. Das ist mal eine ganz andere Definition, aber die mussten wirklich zu festen Zeiten im Endeffekt die Mahlzeiten einnehmen. Ey, krass. Also, uns geht es gut jetzt. Also, mal gucken, ob wir in 20 Jahren zurückblicken und sagen, boah, scheiße, ey, das hätte ich nie machen wollen. Ja, und im Jahre 2000 das erste lang wirkende Analoginsulin kommt auf den Markt. Es wirkt länger und gleichmäßiger als das MPH-Insulin und kann so Blutzuckerschwankungen verringern. Heftig. 20, 21, irgendwie habe ich das Gefühl, das ist jetzt. Heute gibt es also mehr als ein Dutzend Insuline und Mischungen mit verschiedenen Wirkprofilen. Forscher arbeiten an weiteren Insulin, welche die Therapie noch einfacher und besser machen sollen. Da könnt ihr euch einfach mal dieses Heftchen besorgen. Beeilt euch noch ein bisschen, bisschen Juli. Ach, scheiße, ihr hört den Podcast im August. Pech. Tut mir leid. Ja, also, es geht halt immer weiter, so intelligentere Insulinformen, Insulin-Tabletten zum Schlucken, ja, wo sie dann einfach hergehen und verschiedene Sachen ausprobieren. Also, es ist jetzt nicht Metformin, ja, das ist auch kein Insulin. Aber es soll halt schlauere Insuline geben. Ja, wo man halt einfach auch vielleicht nur mal irgendwann einmal in der Woche sein Insulin spritzen muss. Also, es ist auch geil, ja. Ja, oder halt einfach Insuline, die, es gab ja auch dieses Smart Insulin, ja. Und da habe ich auch mal einen Podcast gemacht, glaube ich, ja. Ich glaube, das muss ich mal verlinken. Ja, das habe ich auch gemacht. Und darüber erzähle ich gar nicht so viel. Das zieht ihr euch den Podcast rein. Auf jeden Fall steuert dieses Insulin, dieses Schlaue, in Abhängigkeit von Blutzucker, seine, glaube ich, seine Wirkung war es oder so. Also, Hammer, 100 Jahre Insulin, what the fuck? Also, ich muss sagen, diese Zeit, puh. Also, ich habe echt Respekt und ich bin so dankbar. Also, aus doppelter Hinsicht. Ich bin A, dankbar, in Deutschland zu leben mit dem Problem. Naja, für mich ist es jetzt kein Problem, aber für andere Menschen ist das echt ein Problem. Und ihr wisst immer wieder, sage ich es und wir jammern hier rum, wenn mal irgendwie der Pen abkackt oder die Pumpe mal klemmt oder der Sensor rumjault oder das Insulin zu kalt ist oder dieses Subab oder was weiß ich. Also, ihr spürt auch, was ich hinaus will. Wie sage ich immer so höflich? Einfach mal die Fresse halten. Andere Menschen sterben da draußen, weil sie sich überlegen, okay, kaufe ich Essen für die Familie oder Insulin? Das ist jetzt kein Scherz. Das gibt es leider da draußen. Ja, das war es eigentlich. Ich habe mir jetzt gedacht, 100 Jahre Insulin, das will ich euch nicht vorenthalten. In den nächsten 100 Jahren schauen wir mal, was passiert. Ich werde auf jeden Fall eine Review machen, wenn es 200 Jahre gibt. Also, dann wird wahrscheinlich mein Podcast auch immer noch da sein. Ich hoffe, ihr auch, weil wir werden durch Insulin bestimmt auch irgendwie haltbarer. Das sage ich mir jedes Mal. Insulin macht mich resistent gegen jegliche Form von Grippe und ich alter auch nicht mehr, weil ich mir einfach genug Chemie in die Körperpumpe entsorgt mich. Ja, in diesem Sinne, mich hat es tierisch gefreut, dass ich den Diabetes-Ratgeber gefunden habe zu diesem Thema, bevor ich recherchieren musste. Sehr geil aufbereitet. Da gibt es natürlich noch viel, viel weitere Themen. Also, holt euch den Diabetes-Ratgeber. Das Ding ist es auf jeden Fall wert zu lesen, mit oder ohne Diabetes. Da ist für jeden was drin und am Ende auch immer brutal geile Rezepte. Das ist ja auch immer der Hammer. Und natürlich am Ende immer die nette Story von Stefan Seiler. Ist natürlich auch geil. In diesem Sinne haben wir wieder was gelernt. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und bis bald. Okay, jetzt bist du dran. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann abonniere diesen Podcast und du verpasst keine Folge mehr. Teile diesen Podcast auch mit deinen Freunden, Bekannten und Verwandten, denn jeder kennt irgendeinen Zucker-Junkie. Eine Bitte habe ich jetzt noch, geh auf iTunes und bewerte diesen Podcast mit 5 Sternen und gerne auch mit einem Kommentar, was dir gefallen hat oder welche Folgen du ganz gerne mal hören möchtest. Wenn du mehr über die Zucker-Junkies wissen möchtest, besuche auch meinen Blog, Zuckerjunkies.com. Dort findest du natürlich noch viel mehr über das ganze Thema Diabetes. Und bis dahin, wir lesen und hören uns. Bis bald. Mein Lieberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberber